Hallo und willkommen zu diesem neuen Video aus der Serie UVPD in Kürze. Heute geht es darum, was ihr eigentlich in der Kamera seht, auf dem Display und einstellen könnt. Ja, ich habe hier eine Z280 auf dem Tisch und ich blende euch eben mal das ein, was auf dem Viewfinder zu sehen ist. Und dann können wir mal gucken, was man im Menü so einstellen kann. Ihr seht schon unten rechts die beiden Kanäle, nämlich das Bodypack, was hier auf dem Tisch liegt und auch den Handsender, den ich hier in der Hand habe. Der ist auf Kanal 2. Da könnt ihr also schon die Audio-Pegel sehen, die da reinkommen. Die könnt ihr an der Seite im Menü einstellen. Ihr könnt aber auch einfach den Menü-Knopf drücken und dann seid ihr im Menü. Und dann geht es hier ins Audio-Menü rein und dann drückt ihr nochmal den Audio-Input. Input 1, Input 2 sind die beiden XLR-Boxen auf der Seite und ich habe jetzt hier auf Channel 3 und 4 eben nicht das Internal-Mig oder Input 1 und 2 gelegt, sondern ich habe hier den MI-Schuh 1 gelegt. Das ist der Kanal 1 vom Receiver und Kanal 2 ist dann eben auf Input 4 hier. Alle anderen Inputs, alles was hier so ist, könnt ihr eigentlich so lassen. Das ist eigentlich super eingestellt. Windfilter ist jetzt nicht so mein Thema und das AGC steht auf Stereo, könnt ihr aber auch auf Mono stellen. Macht keinen so großen Unterschied in dem, was ihr hier einstellt. Okay, gehen wir mal raus und jetzt seht ihr oben rechts in der Ecke zwei Symbole. W1 und W2 steht da dran. Das ist Wireless 1 und Wireless 2. Und das Zeug zeigt euch die Feldstärke eures Senders an. Richte ich den mal aus. Dann seht ihr, dass die Feldstärke auf 0 runter geht. Und da könnt ihr ganz gut kontrollieren, wie gut eure Eingangsqualität von eurem Signal ist. Wenn ihr nur ein Balken dazu sehen habt, dann seid ihr schon ganz schön weit weg. Dann habt ihr vielleicht 40, 50 Meter Entfernung. Oder der Sender steht noch auf 5 Millibat, wie er aus dem Werk ausgeliefert wird. Das könnt ihr auf 30 Millibat umstellen. Ist in einem meiner Videos erklärt. Ihr könnt da wirklich gut sehen, was der Empfänger jetzt gerade an Signalstärke empfängt. Dann haben wir noch das Mute-Symbol. Drücke ich die Mute-Taste. Dann seht ihr, dass die Feldstärke auf 0 runter geht und M da erscheint. Das bedeutet nicht, dass ihr keinen Empfang mehr habt, sondern dass eben die Mute-Taste gedrückt ist und damit der Sender gemutet ist. Das solltet ihr auf jeden Fall beachten. Wenn ihr das seht, dann müsst ihr die Mute-Taste entweder einfach ausschalten. Wie das geht, ist auch in einer meiner Videos drin. Oder ihr sagt dem Protagonisten, er sollte doch bitte mal die Mute-Taste loslassen. Bei mir sieht man es jetzt hier gerade. Es ist am Handsender. Drücke ich nochmal drauf. Ist die Mute-Taste aus. Und dann kommt auch wieder Feldstärke, Anzeige und Audioanzeige im Kameradisplay. So, jetzt habe ich mal in das Batteriefach hier zwei Nickel-Metall-Hitrit-Batterien gemacht. Und jetzt kann man ganz gut sehen, was passiert. Ich hoffe, ihr könnt es auf der Kamera sehen. Der Sender geht immer mal an und aus, weil die Startspannung ist gerade so da. Und wenn dann das Ganze anfängt zu laufen und ein bisschen Strom sieht, dann geht die Spannung so weit runter, dass der Sender eben ausgeht. Und jetzt sieht man auch im Display, dass da immer mal eine Feldstärke-Anzeige kommt, weil der Anfang zu sendet und das wieder ausgeht. Dann solltet ihr auf jeden Fall die Batterien wechseln. Ja, das war es auch schon, was man in den Kameras einstellen kann. Bei einigen Kameras, wie bei der Z280, gibt es hier an der Seite noch die Möglichkeit, über Podis die Eingangsempfindlichkeit einzustellen. Da müsst ihr eben gucken, dass es euren Ton im Eingang nicht überfährt. Aber auch dazu mache ich nochmal ein Video. Ansonsten ist nur wichtig, dass hier bei einem iShoe dieser Schalter auf der Unterseite auf digital steht, damit ihr auch ein digitales Signal vom Receiver in die Kamera bekommt. Das macht meiner Meinung nach einiges Anklangqualität aus. Und das war es für heute. Wie immer, wenn es euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! Bis zum nächsten Mal.